In diesem Video zeige ich euch, was Hounsfield-Einheiten sind, warum die überhaupt so heißen und wie man Hounsfield-Einheiten nutzen kann, um auf CT-Bildern verschiedene Strukturen und Gewebe auseinanderzuhalten. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema, wie funktioniert eigentlich CT? Wir haben uns ja schon in einem anderen Video damit beschäftigt, wie die Computertomographie technisch-physikalisch überhaupt funktioniert. Falls du dieses Video noch nicht kennst, dann verlinke ich es dir hier und in der Videobeschreibung nochmal. Ich verlinke außerdem auch nochmal das Video zu den Grundlagen des Röntgen, denn darauf basiert natürlich auch die Computertomographie. Wir hatten ja im Video zur CT-Technik schon gesehen, dass die Herren Hounsfield und Cormac im Jahr 1979 den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung der CT-Technik erhalten haben. Es liegt also schon mal nahe, dass der Begriff Hounsfield-Einheit irgendetwas mit dem Namen eines dieser Herren zu tun haben muss. Aber was sind jetzt Hounsfield-Einheiten? Weil die Computertomographie mit Röntgenstrahlen arbeitet, unterscheiden sich unterschiedliche Gewebe auf dem resultierenden Bild anhand ihrer Dichte, weil unterschiedliche Dichten zu unterschiedlichen Schwächungen oder auch Absorption von Röntgenstrahlen führt. Je dichter ein Gewebe, desto weniger Strahlung erreicht den Detektor. Das hatten wir im Video zur Projektion und Dichte schon erarbeitet. Wem das also nicht mehr oder noch nicht so präsent ist, der sei gerne an dieses Video verwiesen. Ich verlinke das auch nochmal. Um den Einfluss der Strahlungsenergie zu eliminieren und die Absorption von Gewebearten besser miteinander vergleichen zu können, verwendet man in der CT die Hounsfield-Einheit. Die Hounsfield-Einheit, auch HE oder HU für Hounsfield-Unit genannt, errechnet sich aus dem linearen Schwächungskoeffizienten µ. Das hier ist die Formel dazu. Damit die Hounsfield-Einheiten zwischen allen Geräten und Aufnahmeparametern vergleichbar sind, werden diese Schwächungskoeffizienten hier auf die Bezugsgröße Wasser normiert. Wasser hat per Definition 0 HE. Der zweite Fixpunkt für die sogenannte Hounsfield-Skala ist Luft. Diese Luft hat per Definition minus 1000 HE und markiert das untere Ende der Hounsfield-Skala. Nach oben reicht die Hounsfield-Skala bis ca. 3000, wobei dieser obere Wert geräteabhängig ist. Jetzt lassen sich alle Gewebe anhand ihrer relativen Schwächungswerte auf dieser Hounsfield-Skala anordnen. Die typischen Werte zum Beispiel für Weichteile und Organe liegen über 40 HE, für Fett zwischen minus 50 und minus 100 HE. CT-Bilder werden, wie wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, in Graustufen dargestellt. Das Problem ist nur, dass das menschliche Auge sehr viel weniger Graustufen unterscheiden kann, als in so einem Bild enthalten sind, nämlich nur ca. 40 bis 100. Und deshalb bedient man sich in der CT-Diagnostik der sogenannten Fenstertechnik, mit der man bestimmte Grauwerte im Bild quasi vergrößert. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns im nächsten Video an. Abonnier also gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Punkte zu den Hounsfield-Einheiten zusammen. In der Computertomographie verwendet man die Hounsfield-Einheiten, um dichte Unterschiede zwischen verschiedenen Geräten und Aufnahmeeinstellungen vergleichbar zu machen. Die Hounsfield-Einheit wird dabei auf Wasser normiert und als zweite Bezugsgröße dient Luft. Alle Gewebe reihen sich irgendwo in dieser Hounsfield-Skala, die je nach Gerät meist von minus 1000 bis plus 3000 reicht, ein. Wasser hat per Definition im 0 HE. Fett minus 50 HE und Luft minus 1000 HE haben negative Dichte-Werte, Hounsfield-Werte, Weichteile, ca. plus 40 und aufwärts HE und Knochen, ca. plus 1000 HE, haben positive Dichte-Werte und Hounsfield-Einheiten. Und damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und Sehen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!